Musik 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 Eine Geschichte, die heißt einfach Life's A Game. Das Leben ist ein Spiel. Weil... Es fängt alles irgendwie so ganz zart an. Bei der Geburt ist alles irgendwie noch schön warm, normalerweise. Mama und Papa kümmern sich. Auch die ersten Jahre sind so geprägt von viel Geborgenheit normalerweise. Und irgendwann einmal kommt so der erste Gehversuch. Und stürzt vielleicht nieder. Zuerst einmal alles total dramatisch. Aber irgendwie steht man doch auf und versucht es nochmal. Das wiederholt sich viele tausende Male. Und irgendwann dann denkt man gar nicht mehr drüber nach. Man kann einfach gehen. Und so passiert es mit vielen Dingen. Mit Laufen. Auch mit Sprechen. Irgendwann passiert alles einmal automatisch. Und dann kommt man in die Zeit der ersten Liebe. Man verliebt sich. Man ist irgendwie im siebten Himmel. Alles schön. Die Englein oder auch die Einhörner singen und tanzen und springen. Und dann irgendwann einmal, es ist fast zwangsläufig, ist es vorbei. Weltuntergang mindestens. Aber dann irgendwann einmal trifft man eine gute Freundin oder einen guten Freund. Und der oder die sagt dann, ach komm, jetzt machen wir mal ein bisschen Party. Alles halb zu fliegen. Und irgendwann ist es dann wieder so weit, man verliebt sich wieder ganz schwerstens. Alles wieder vergessen. Jetzt kann das Leben losgehen. Aber irgendwie entpuppt sich der Typ oder die Frau irgendwie. Es ist alles wieder irgendwie genauso gleich wie vorher. Drama. Dann wechselt man ein bisschen seinen Stil, sein Outfit. Man sucht sich andere Freunde und man macht aber wieder ein bisschen Party. Da kommt man drauf. Komisch. Alles irgendwie Wiederholungen. Man verliebt sich wieder. Aber irgendwie weiß man schon in dieser Phase, irgendwas passt da schon wieder nicht. Aber man geht das trotzdem ein. Man denkt sich, jetzt ist alles besser. Jetzt kann man endlich mit der Party des Lebens loslegen. Also können wir Ihnen persönlich noch nicht weit,etaski auf den Platz gehen. Und irgendwann dann so in der Lebensmitte mit 30, 40, 50, je nachdem, wo die Lebensmitte ist. In der sogenannten Midlife-Crisis. Manche haben die mehrmals diese Midlife-Crisis. Schaut man so auf das Leben, reflektiert ein bisschen oder ein bisschen mehr. Und denkt sich, oder man kommt drauf, alles, aber alles auch wirklich irgendwie, war doch schon mal da. Irgendwie fühlt sich das alles gleich an. Es ist so, als würde man die ganzen Dinge mehrmals durchleben. Komisch, ne? Die ganzen Beziehungen sind irgendwie. Auch wenn er ein ganz anderer Typ ist, ganz anders. Oder sie, ganz anders. Irgendwie nach einer gewissen Zeit legen sie so Erhaltensweisen an den Tage. Da denkt man sich, haben die mit meinen ganzen Echsen gesprochen? Die verhalten sich ja ganz genauso oder zumindest so ähnlich. Man geht ein bisschen zu überlegen. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Man weiß ungefähr, was kommt. Warum nicht Party machen? Da gibt es viele Freundinnen und Freunde, meistens hat man ja so ein, zwei beste Freundinnen oder beste Freunde, die sagen, du musst dein Leben ändern. Ich sage, du musst dein Ändern leben. Und irgendwann dann so, kurz vor dem Eintritt und vor dem Übertritt, in sogenannte Paradies, so vor dem weißen Tunnel, rennt das ganze Leben nochmals so im Schnelldurchlauf, vor uns auf einer Leinwand durch. Alle Situationen, alle Schlüsselsituationen gehen noch mal vorbei. Die erste Liebe bis zur ersten Enttäuschung. Man kann aber alles irgendwie nehmen. Es ist plötzlich kein Dramen mehr. Man kann die Dinge sehen, wie sie sind. Und man lacht vielleicht über die eine oder andere Situation, die man damals noch furchtbar dramatisch gefunden hat. Man denkt sich nämlich, genau dadurch, genau dadurch bin ich jetzt dieser Mensch geworden. Genau das hat mich stark gemacht. Man ist plötzlich dankbar. Dankbar für den ganzen Quatsch, den man erlebt hat. Weil ohne diesen ganzen Quatsch, ohne diese ganze Schmerztartur, hätte man das alles nicht erlebt, hätten wir uns gar nicht dorthin bewegt. Wie schön. Man ist einfach nur dankbar dafür. Und man erkennt, war doch irgendwie alles nur ein Spiel. Eigentlich immer wieder das gleiche Drehbuch. Man hat oft nur die Schauspieler ausgetauscht. Oh ja. Auch wenn man manchmal geglaubt hat, man hat ein ganz anderes Drehbuch. Das hat der Regisseur wunderbar unter einem anderen Namen verkauft. Der Inhalt ist irgendwie der gleiche. Und dann, so in diesem Himmelreich, in diesem Paradies, entschließt man sich vielleicht wieder mal, ach, das ist eine Gaudi. Das ist eine Fetzen Gaudi, würde ich in Österreich sagen. Das mache ich nochmal und inkarniert nochmals. den Himmelreich. Der Inhalt im Zusammenhang. Zum Schrauben Das ist eine Gaudi, das ist ein geringer. Das ist einministerium. Oderst du in Adrian, Und das ist ein Wetterfelder. Und das ist ein Wetter. Dannen wir uns das ist ein Wetter. Man erkennt, das Leben ist ein Spiel. Und hört nie auf. Oder doch? Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.